Willkommen zurück zum Let's Fail Tomple F4. Ja, nach schönen Erfahrungen mit Benzinen, dass wir geschwommen sind, keine Ahnung. Wir haben es ja auf jeden Fall jetzt rausgeschafft, haben den letzten Käfer. Den setzen wir jetzt mal hier ein. Mal sehen, was passiert. Ja, und? Kann ich damit jetzt was... Oh, ich kann da was nehmen. Uh, jetzt habe ich den goldenen Käfer. Hallo? Und was mache ich mit dem goldenen Käfer? Ich gucke mal in den anderen nochmal. Was war da? Ach, da waren die Fallen. Da waren Käfer auf dem Boden. Vielleicht kann ich den da jetzt einsetzen. Kann ich mit dem eigentlich irgendwas machen? Den kann ich gar nicht schieben, ne? Och, schade. Ich dachte ernsthaft, ich könnte den schieben. Dann ist der einfach nur Deko. Wahrscheinlich. Hier hatte ich ja noch nicht geguckt gehabt, ob hier irgendwas ist. Das sehe ich gerade... Äh! Och, Lara! So, ist nur das eine? Wo ich gleich versuche, hinzukommen. Scheinbar. Hier sieht es aus, als wäre hier nichts mehr. Okay. Genau, spring nicht rein, obwohl ich gesagt habe, du sollst springen, sondern fall einfach rein. Warum? Jetzt! Jetzt! Diese unsichtbaren Pixel. Okay. Wenigstens kann das Wasser hier nicht in Flammen aufgehen. Okay. Ist das irgendwas Verstecktes? Ja, nee, Lara, das war schon wieder zu viel. Nein, Lara, das war auch schon wieder zu viel. Och, Lara. Lara. Fächer in Richtung. Genau. Jetzt so. Genau so schwimmen. Nicht an unsichtbaren Pixel hängen bleiben. Lara! Lara! Oh, echt mal, Macher. Das nächste Mal bitte ohne unsichtbare Pixel. Danke. So, jetzt hat sich hier irgendwo was Bodenmäßiges geöffnet. Aber wo? Jetzt kann es hier schon an Pflanzen hängen. Nee, hier nicht. Dann hat sich das woanders geöffnet. Fragt sich nur wo. Oder hier in der Ecke? Nope. Hä? Wo hat sich denn hier was geöffnet jetzt? Vielleicht dahinter? Ich weiß es nicht. Das sieht ja alles so gleich aus. Hier hat sich auch nichts geöffnet. Vielleicht hier oben? Nö. Okay. Ja. Keine Ahnung. Ja, Lara, stoß dich. Stoß dich. Jetzt hoffe ich, dass man den Käfer jetzt hier einsetzen kann, in diesem Boden. Und? Und? Geht es? Scheiße, geht nicht. Toll. Was soll ich jetzt mit diesem blöden goldenen Käfer machen? Oh, ich kann den kombinieren. Oh. Mal, mal. Ich speichere kurz vorher. Zumal es ein sehr schönes Geräusch gerade ist. Ja. Kann ich dich nochmal nehmen? Hä? Möchte ich, möchte ich gerne wieder aufnehmen? Ich kann dich wirklich wieder nehmen. Okay, gut. Freut mich. Was ist das jetzt hier? Eine Pflanze, ich weiß. Ach, da sind wieder solche. Deswegen kann ich es nochmal nehmen. Hier ist auch nochmal sowas. Oha, wo bist du her? Wo kommst du her? Wo, 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 wo kommst du bitteschön her? Echt mal. Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Habt ihr das nicht gehört, dass du plötzlich aufgetaucht bist? Da ist die Pflanze gewandert. Nee, die ist schon schon vor und dort. Sieht irgendwie auch sehr vertrauenserweckend aus. Wusste es. Ach, da ist jetzt das andere Rüstungsteil drin, oder? Oh, und direkt. Hallo. Hallo. Sonst ist hier nichts mehr. Au, 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 au. Ja, komm. Ist mir egal. Ey, der rennt aber ganz schön schnell hinter mir her, muss ich sagen. War hier das Wasser? Ja, hier war das Wasser. Achso, der war noch gar nicht nah genug dran. Okay. Komm her. Ja, trau dich, trau dich, trau dich. Oh, du gehst baden. Wasser bringt die um. Gut. Jetzt hab ich die beiden. Ach, ich wollte schon... Ach, ich wollte eigentlich die Waffen auswählen. Ähm, ja, jetzt hab ich zwei Wege. Da. 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 Und da, wo ich lang kann. Mach ich erstmal hier. Vielleicht hab ich ja Glück und es führt mich überall dasselbe hin. Wer weiß. Nein. Nein. Lara, Stress. Ja, jetzt. Weil ich einen Schritt zu weit weg war. Ja, nee, ist klar. Nimm's wieder. Kann ich's nicht so nehmen? Nein, ich muss es immer wieder auswählen. Ja, mach mal ein bisschen schneller, ne? Nimm's wieder. Nimm's wieder. Okay. Okay, da hab ich schon mal was Dings. Und wo ich schon mal eine Sache einsetzen kann. Hätt ich die jetzt wieder mitnehmen müssen? Ernsthaft? Das wär doof. Das wär richtig doof. Ja, dreh wieder auf. Ich muss erstmal kurz vorher nochmal speichern. Ernsthaft? Jetzt ist das kaputt? Och, nö. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass das eine begrenzte Anzahl macht? Toll. Midi-Pack. Ach, Vogel. Wo bist du? Wo bist du denn? Vogel? Ach, da. Du bist jetzt irgendwie... Du wachst diesmal nicht in der Wand rum. Das ist anders. Wollte grad sagen, flieg nicht weg. Komm wieder her. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Da bist du. Gut. Geht doch. Geht doch. Brav. Geht doch alles hier. Ähm... Kamera. Ich weiß ernsthaft nicht, wo ich lang soll. Okay. Da... Oh, oh. Wann mal da war. Was an der Wand? Ach, ist schon wieder so vertrauenserweckend. Was ist diesmal? Oh, Schrotmunition. Und ein kleiner Freund. Boah, die Sau. Dieser hat mich geschotzt. Hat mich in den Tod geschopst. Okay, jetzt ist... Dafür weiß ich jetzt. Da ist nur Schrotmonie. Brauch ich jetzt nicht so unbedingt. Sonst war da ja nichts weiter, ne? Außer der kleine Freund hier. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Komm ich da auch so hin? Ja, komm ich auch. Bringt mir aber nichts, weil hier ist gar nichts weiter. Nicht wahr? Scheiße. Ich hab so das Gefühl, dass ich das wieder hätte mitnehmen müssen. Aber normalerweise ist es doch so eingesetzt und es ist eingesetzt. Und führt mich das jetzt? Kann ich jetzt gar nicht aufmachen. Ach, hier ist das mit den... Ah, hier war das mit dem Boden. Das ist wieder eine Bodenklappe, die ich öffnen kann. Nein. Oh, hier ist ein Hebel. Jetzt aber. Oh, ich hab's doch richtig gehört. Nein, Lara. Hoch, hoch mit dir. Hoch. Hoch. Du bist so doof, Lara. Weißt du das? Ja. So, ähm. Was hab ich denn... Da hab ich dir irgendwas geöffnet. Irgendeinen Weg. Aber ich brauch erstmal ein Midi-Pack. Ich brauch erstmal hier ein Midi-Pack. So geht das ja mal gar nicht. Dann direkt mal speichern. Nicht laden, speichern. Oh, und ich wollte noch die Schrot ausrüsten. Nein, 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 nein. Dreh dich, dreh dich! Oh, du blöde Kuhl. Du weißt, das hätte so schön funktionieren können. Und was machst du? Oh, oh, ich mach mal ein bisschen hier. Was machst du? Wird der Bug nicht dort fest, okay? Du sollst doch bloß da runterfallen. Ist das so schwer zu verstehen. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch, fällt mir grad auf. So, jetzt aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, ich werd erstmal hier an der Stelle einen Schnitt machen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss, eure Tai. Ich grüß das in den nächsten Video. Bis dahin.